Musik 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 Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin es wieder auf Tobi TV Und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und zwar war ich heute bei MyFit24 und habe mal hier von Mutant, Madness, New Look, Worldside Lemon, auch wieder so eine Art, ja, das ist ein Pre-Workout-Supplement. Aber man kann auch quasi sagen mit Zitronengeschmack. Hier sieht man es nochmal. Man kann aber auch quasi sagen, das ist einfach, ja, Fokusbooster, Energy, Performance, was auch immer. Ich filme da ganz normal, damit man das sieht. Immer scharf. Ah! So, also hier, Energy, Pre, hier, Performance und Fokus. Also ich sage dazu ja immer so Fokusbooster oder so, weiß im Grunde genommen auch so ist, ne. Schöner Wachmacher und keine Ahnung was. Und wie man es vielleicht unschwer erkennt an meinen Haaren, gerade eben ist es aufgestanden. Das heißt, ich werde den Booster quasi einfach mal testen. Ja, ob der schön wach macht, ne. Guck mal einfach mal. Ich bin gespannt. Ja, so sieht das Ganze jetzt von innen aus. Und wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt einfach mir mal was anmischen und probieren, Leute. So, erstmal schön Wasser einfüllen. So. Das ist doch perfekt, oh. Hauen wir hier schön ne Kappe rein. Ich hoffe, da ist alles schön scharf. Oh, das ist aber ziemlich gepresst, war die, wenn du ne Kappe rausholst. Interessant auf jeden Fall. Ja. Wir verrühren das Ganze einfach mal. Dadurch hat es jetzt so gepresst, war, lässt sich das relativ schwierig verrühren. Aber wie geil sieht das aus, Leute. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Gleich werden wir noch sehen, wie es schmeckt. Und später kann ich euch nur sagen, wie es wirkt, ne. So. Ja. Das muss noch alles ein bisschen auflösen. Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder, Leute. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und ich würde sagen, ich probiere das Ganze mal. Das hat ja so einen Zitrusgeschmack, Zitrone. Und ich muss sagen, schmecken tut es auf jeden Fall schon mal gut, wie es wirkt. Werden wir gleich noch sehen. Ich werde es euch auf jeden Fall sagen, Leute. Bis gleich, Leute. Ja, Leute. Wie schon gesagt, ich habe das Ganze ja jetzt probiert. Und ich muss sagen, macht auf jeden Fall wach. Schmeckt mega geil, muss man sagen. Ist auf jeden Fall nice. Also kann ich empfehlen. Aber dazu muss man immer wieder sagen, in den ganzen Dingern, in den Boostern, weil auch immer, ist mega viel Koffein drin. Das ist nicht vergleichbar mit einem Energy Drink. Deswegen immer mit Vorsicht zu genießen. Und ich sage mal, unter 18 oder was, sollte man sowieso nicht machen. Weil das ist schon voll zu genießen. Weil da ist sehr, sehr viel Koffein drin. Und das ist halt immer so eine Sache. Ja, aber wenn ihr auch auf so was Bock habt, oder was auch immer, geht mal zu MyFill24, wenn auch Solin kommt. Oder bestellt einfach im Internet. Ja, das ist einfach ein nicer Shop. Die Verkäufer sind immer sehr nett. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. MyFill24 im Hofgarten. Ich werde leider nicht von denen bezahlt. Sehr schön. Ja, moin. Geht da alle einkaufen und sagt, ihr kommt von mir. Ja, moin. Nein, ich kriege ja kein Geld von denen. Aber die sind halt immer mega nett und alles. Und deswegen kann man da schon mal Werbung für machen. Und da ich so Sachen eh trinke, warum soll ich im Internet oder so bestellen, wenn man hier nette Mitarbeiter hat, die einem immer helfen. Grüße gehen auf jeden Fall an die Mitarbeiter von MyFill24 raus. Hier in Solin. So, ich wollte dann auch sagen, das war es dann auch von dem kurzen Video heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst ein Abo da. Und dann würde ich einfach sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal wieder, euer TobiTV. Morgen Abend ist natürlich wieder, wie jeden Freitag, ein schöner Freitagabend-Stream. Morgen kommt auch wieder ein Video. Und dann sage ich einfach mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal wieder, euer TobiTV. Und tschüss. Und gönnt euch das Zeug mal. Ist nice.